Hallöchen, Willkommen zurück zu eurer neuen Folge. Assassin's Creed 2. Wir beginnen gleich mal und reden mal ein bisschen. Mit den guten Herren hier. Francesco de Pazzi finden und töten. Oh, gerne. Lasst ihn uns killen. Oh, da ist eine Kiste. Moment. Ich gehe erst noch an die Kiste und dann killen wir den. Ja. Sehr schön. Okay, wir nehmen mal die Leiter. Wir nehmen mal die Leiter. Hallo. So. Latsch mal mal dahin. Sehr genau. Was ist denn hier los? Geht hier die Porti schon ab? Ja, Mann. Okay, ich glaube, wir müssen hier rüber. Oh, hier geht's voll los. Oh, hier gibt's eine Kiste. Aber komm, was hat ich hin? Du gibst das. Jawohl. Oh, da ist was. Ach, wenn die hier so rumsteht, nimmt man die auch gleich noch mit. 90 war ja jetzt nicht so viel. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Na komm. Na komm. Oh, ein paar Schätzchen. Sind die hier? Die sind hier. Ach. Da stehen wieder welche dabei. Gut. Na, das ist klar. So, 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 so. Ach, Ezio. So. Los geht's. Du schon wieder. Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn. Nein, nicht erledigen. Lieb sein. Da komm ich ja jetzt am besten hin. Ich bin nicht erledigt. Ich bin nicht erledigt. Toll, jetzt kann ich hier keinen angreifen. Das ist jetzt aber ein bisschen kackiges. Ach. Loll. Ups. Sehr schön. So. Wer will nochmal... Au. Da kommt gleich nicht an. Wui. Hihi. Ach, der ist wohl noch gar nicht dort. Ah, jetzt gleich, oder? So. Du Bogenheimie. Wir verlieren ihn. Oh. Dankeschön. Na. Na, äh, hä? Okay. Ähm. Ja. Äh. Äthio. Äh. Oh. Der Junge hält sich für einen Schwertkampf, Meister. Du hast also Blut geleckt. Meine Männer machen kurzen Prozess mit dir. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da glaubst du zu beweisen, dass du ein freier Diener dieses Bundeslorencho bist. Der Tod wird deine Belohnung sein. Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Das ist langweilig. Wachen. Erledigen. Nee, ich erledigen. Na. Na. Jetzt aber ärgerlich. Ich würde bloß eine Stufe weiter runter. Nein, Scheibenkreise gegebenen. Na, supi. Komm, ich... Das ist jetzt aber un-un-un-praktisch. Wache! Ach so, Katzin, alles klar. Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Das kann ich auch. Wui! Du Würstchen! Na, oh nee! Was tust du? Ich habe keine Zeit dafür. Das gibt es ja nicht. Dich kriege ich! Oh, doch nicht so! Ezio, ey. Manchmal regst du mich so extrem auf, da könnte ich echt einen Anfall kriegen. Oh nein. Nein! 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 Ja. Ja. Habe ich richtig gut gemacht. Nicht. Hör, wo kommt die alle her? Ja. Mhm. Na! Oh, da könnte ich mich schon mal aufregen über die Steuerung. Ja. Toll. So ein Ticken schneller klettern fände ich richtig geil. Oh, es ist wohl Zeit, zu gehen. Das ist schon mal voll weit weg. Das ist schon mal voll weit weg. Das ist schon mal voll weit weg. Jetzt werden wir von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Da hat aber einer Schiff bekommen. Ja man, leb wohl, Francesco. Erinnerungen synchronisiert. Sequenz 4 beendet. Oh, wo geht es jetzt hin? Wo geht es jetzt hin? Ah, immer noch in Florenz. Okay, ich hab gedacht hier, wir müssen jetzt woanders hin. Sehr schön. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und mein Gameplayer tragen habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschau.